um die jahre leute und herzlich willkommen zu einer weiteren aufnahme in minecraft der kreuz zusammen mit marcus und futura ja ich habe mir vorhin mal wieder was schönes überlegt und zwar wenn wir uns mal dran machen einen kartesampler zu bauen so dass wir entweder uns ein schienensystem bauen können wo wir ein bisschen zu fahren können oder wir können uns farmen bauen die von den um den sie die wirtschaftet werden oder wir können sogar tunnel glaube ich von dem ein katz selber bauen lassen und nämlich allerdings noch ein bisschen mit für einlesen weil ich will aber sagen das kriegen wir alles hin und dann würde ich sagen nicht gleich mir direkt durch dafür müssen erst einmal den standard kartesampler bauen und dafür brauchen wir die sind die im zieht er ist die karte damit wird anfang nicht direkt erst mal an einen redstone und gold und ich fixe mal die scheiß dinge oben woher davon 123 oder so 123 oder so aber das ist noch eine lampe noch geboren so fixe nur um jetzt brauch ich stone vier stück stone 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 dann wird 106 stone dann wird PCB So, dann haben wir einen Card-Esempler, der kommt auch mit hier in unsere schöne Wand, wo alles mögliche hier steht. So, dann würde ich sagen, was brauchen wir als erstes? Hall. Brauchen wir eine Wooden Hall, eine Standard Hall oder direkt eine Reinforced Hall? Reinforced, hört schon mal am besten. Dafür brauche ich halt Reinforced Metal, dafür brauche ich Stabilized Metal, dafür brauche ich Hardened Mesh, dafür brauche ich Reinforced Hardener, dafür brauche ich Raw Hardener und dafür brauche ich Obsidian und Diamanten. Haben wir alles, passt. Oder ich mache einen Standard, jetzt kommt er das Eisen. Welcher Lappen hat das Ding hier gebaut, das ist doch behindert, sowas zu bauen. Ich brauche erstmal einen Standard Stick mit Iron drin. Das ist behindert. Der wo das Ding hier oben gebaut hat. Was ist das Ding? Geiße. Wahrscheinlich war er selber. Was denn? Da oben fehlt ein Redstone Block, so ist es, was fehlt. Ein Redstone Block. Deine Lampe halt. Deine Mutter. Deine Mutter. Deine Mutter. Deine Mutter. Jetzt haben wir einen Standard Hall. Wir nehmen jetzt mal rein. Deine Mutter ist halt wieder da, ne? Jetzt nehmen wir, wir können 3 Endions ein-Tool, 6 Attachments, 4 Storage und 6 Addons reinpacken. Wann was laberst du? Wer denn? Wann würde ich sagen, jetzt schauen wir uns erstmal die Engines an dafür. So, jetzt muss mir einer erklären, wie das mit dem, ähm... Mit wem redest du eigentlich? Errungenschaft erzielt, erfolgt geschirrtene Handwerker. Ich bin im WLAN funktioniert! Och fuck off! Oh man! Google, Liftyons, alten Notumlagen. Ich hab's abgebaut, ich kann's aber noch nicht mehr anbauen. Boah, jetzt hab ich keine Kohle. Du weißt nie Kohle, du bist ein Scheiß, keine Ahnung. Deine Mutter, ja. Ja, mach. Nein! 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 Jetzt ist das so. Alter, geil. Wollt ihr danach ein mechanisches Schweinchen? Das find ich eigentlich ganz cool. So, das heißt, ich will jetzt erst einmal was funktionierendes haben, um zu zeigen, dass funktioniert. Es ist halt nicht nur zwei Finis, ein Fearnis und ein bisschen Eisen. Baa 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 und Spenning bei den Eintrachter wie funktioniert der Scheiß wenn eine Mutter funktioniert was muss ich da ein Markus was muss ich da eingeben was denn bei den komischen WLAN-Dingern keine Ahnung Alter Google ist eingewohnt 2340 ähm für die Attachments-Dingungen in Teilen Sitz haben um damit fahren zu können es wird er ignoriert dich nicht irgendwie Juhu jetzt verschwärts in der Alta das ist ein Slab gut ne jetzt pass auf jetzt gleich gibt es ein Slab und der Slab da drin hast du es gesehen da war der Slab Uta hat es einfach drauf jetzt haben wir den Seat da rein jetzt haben wir hier schon mal in unserem Fahrzeug wie ihr seht einen Sitz drin und dahinten haben wir unseren Kohleantrieb warte mal ich will das auch sehen wo bist du und auch den Zug sind wollen wir Lagerkapazität rein machen ja natürlich wir brauchen Lagerkapazität ja ich will erstmal den Testlauf machen Chess ach ja genau wo baust du den Zug eigentlich gerade bei uns innen drin denn Arnos und zwar nehmen wir jetzt einmal eine Side Chess oh fuck ok holz und wood 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 ah 3444 mal dieses Holz was ist das Birch soll es noch nicht mein Stick davon dann habe ich davon erstmal genug ähm brauchen wir das komische Ding dahinter im Haus eigentlich ne das komische Ding Chess Payne habe ich jetzt gerade gemacht ne das komische Ding den Erdhügel da das sieht nämlich kacke aus das sind Erdhügel achso ja da drunter sind noch die Kabel und so oh my fuck ey du kannst ja gerne alles nach unten verlegen aber Arbeit ja Arbeit geh weg von Pain baue ich noch eine und von den großen brauche ich dann vier Darts Point ähm ähm hat gibt es noch irgendwo das ähm brauche ich ich weiß nicht damit soll ich jetzt eine Chess bauen können so eine ähm und wo bauen wir die müssen wir dann Schienen verlegen ja will ich müssen wir Schienen verlegen ganz in den Schienen her bauen jetzt ist jetzt in der Mine unten abgebaut ja mach geh mach geh ich hätte sie ja mach mach machst du es jetzt aber jetzt machst du es das ist ein Scheißigeres tun doch ich planiere ja toll das kann das kann mein Zug dann auch Stone und Iron achso du musst aber überall Schienen legen wo er planieren soll nö das kann er selber liegt das hält was ich schiene ja und baut zu hinter sich wieder ab echt das kann ich programmieren ja geil dazu wie ist das denn ich kann sogar einstellen das dann wenn er auf Erde trifft dann automatisch abbiegt und so das wird geiler Scheiß dann könnten wir nämlich hier noch ein paar Flächen erschließen psch aber da muss ich mich dann in die Mod erstmal ein bisschen einlesen ja hast du jetzt dann bis zur nächsten Aufnahme Session ja hast du nichts zu tun sagst du immer sag ich nie hab das gehört Markus hast du auch gehört oder ja zu denjenigen die am meisten zu tun haben ach was bist du immer da wo am den meisten die zu tun haben so so ich bringe noch irgendwelche oh 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 eins muss auf jeden Fall noch rein das habe ich das habe ich vorhin gesehen als ich mir jemand angeguckt habe ähm was ist das ähm was ist das ähm also wieder Turm mindestens zwei Kanonen falls die Mops mal angreifen ich habe eine Lunte alter das E-Witschick was seid ihr ihr müsst ihr mal sagen was wie es aussieht was ich denn in der Hand habe warte F5 F5 ich bin äh 100 ich bin warte ich bin 319 Meter vom Haus entfernt ich habe einen brennenden Stab in der Hand das ist ein Feuerstaus wie das sieht es sieht aus wie ein Pinsel es sieht aus wie ein Pinsel warum ist das Licht aus? weil es nachts wird Aua Alter ich brenne ja man kann mit dem Ding nur einen Schlag machen dann zerbricht es einfach war klasse ich brenne jetzt wegen dir aber der Gegenüber fängt gut Feuer Wohl ja sie sagt das ist ein Feuerstirn davon graf ich mir einfach mal 100 Stück und falls ihr mal wieder Nerv vorbei rennt da muss ich eigentlich nicht one-hitten sondern dann kann ich mir so ein bisschen toll die muss man einzeln transportieren ok dann nehme ich halt nur 3 mit kann man nicht stacken aber warum ich eigentlich Feier eingegeben habe ist deswegen zwei simple PMC äh PCB brauche ich das Rezept man nicht weg ich wusste schon warum nicht da das ähm ein Flint and Steel ein Flint and Steel ein Flint and Steel ähm zwei Crafting Table davon haben wir doch bestimmt welchem System oder? meiner Meinung nicht das war scheiße äh Wood 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 so spinnekraft an nein dafür brauche ich die zombies greifen aber wie heißt das verteilen durch richtig kämpft wird wird dran ist gut ich wollte es nicht machen also Strom holen Strom holen? Strom holen? Strom holen? ja mein diamond twill ist wieder leer wie holt man denn Strom? ja du nimmst das in die Hand und trägst das dahin wo du es brauchst ganz genau stimmt ich wollte ja jetzt Ding abbauen aber lass oh angreifer von Futures Futures ganzer Cobblestone, Bow und Redstone hier mit demnächst bei der nächsten Aufnahme Session will ich bei mir mal Optifine drauf klatschen ob das was taugt die waren das neues aber hier gibt es kein Shader Ding glaube ich oder Shader Motto irgendwie Shader kannst du eine Tüche reinpacken das macht ein Megalexpert Ticket denke ich muss es ausbauen? naja so ich habe keine Ahnung wie dieses Ding funktioniert aber mir ist es vollem begegnet also musste ich es mir holen und mehr naja wir können hier noch alles mögliche Zeug machen ich würde sagen wir bauen jetzt erstmal das Ding dafür brauche ich noch Kohle und dann starten wir durch Start durch auch das ich fahre mal so lang wie viel brauchst du denn Sven? viel viel mehr das verbessern so bauen wir das Ding mal Time Remaining ähm 19 Minuten das heißt Ende nächste Folge wird es fertig was mache ich da hin? durch Schienenfarm gehen mit mir das ist spannend ich bin mit Schienenfarmen weil das ist spannend hat der gesagt ja da gibt ganz viele Mods und ganz viele Ressourcen noch wo wir abbauen können weil wir keine Ressourcen haben wo ist diese Mine die ist bei uns hinten rein beim Netaner genau ich bin schon unten kann dich auch her teleportieren weil die ist eine Armee von Skeletten alter was ist das weiter ich bin schon ich habe es ich bin schon verletzt ich bin nur es gelten bei mir nicht immer ich bin ich bin ich bin ich bin die alle greifen mich an er stirbt nicht wenn es gilt nicht so wie ein Foto der steht bei gegen ein Zombie oder so was habe ich denn da jetzt gefunden yeah Quartz Crystals das kann ich sehe schon nicht gern mal wieder mit einem komplett vollen Inventar mit jeglichen Kack wieder zurück nur Schienen habe ich dann nicht mehr kommst du zu mir jetzt also nicht ich bin schon ich bin schon in dem Filmsystem also okay dann willst du die Aufnahme, wie lange geht die Aufnahme noch? ja die geht noch ein paar Minuten hätte ich gesagt auf müsste eigentlich stimmen in Ohr ich glaube hier ein Mincheck nach anderen entlang aber irgendwie ist nirgends mehr Schienen ich arbeite ja schon ein bisschen dran ja ich bin anders abgebogen wie du weil am Anfang waren Schienen da wo ich lang bin aber jetzt sind einfach hier lauter Gänge ohne Schienen wo bist du? Mal gucken gerade in der Schlucht ja bis dahinten da war ich schon in der Schlucht war ich muss auf die andere Seite ja ich brauche hier gleich lauter Ärzte ab ja ich brauche hier gleich lauter Ärzte ab ah das ist gut Uran ich hab so hart viele Level eigentlich ich hab mich doch nicht ja ich auch aber hatte ich eben dass du mich getötet hast ah nur Zombies Zombies ich weiß aber nicht was ich entstanden soll ähm Bücher ja und mit den Büchern kann ich dann theoretisch über meine Rüstung verzauern ja weil wenn ich auf meine Hand noch Lack bekommen oder so ne dann nö ist aus das wär schon verdammt geil also jetzt hier unten Rohstoffe liegen ja ich bin irgendwie auch nur im Rohstoffe fangen ich kann nicht mehr ich hab keine Energie mehr ich hab keine Spitzhacke ja ich muss noch mal zurück ja Energie habe ich zum Glück ziemlich viel ja ich geh mal zurück ja ich geh mal zurück jetzt sag ich hab mal Dimendrill ist nicht verkehrt aber er ist zu schnell leer achja ich könnte das oder das Labpack könnte ich mal für die Zuschauer hier einen Nightwischen anmachen ne der ist auch ziemlich dunkel ähm mir ist jetzt nicht mehr dunkel also brauchst halt auch wieder Strom ja gut du hast ja ein bisschen aber lieber Strom als dass die Zuschauer nix sehen ne ja wir haben genug Strom glaub ich auch wenn nicht muss ich doch mal ein wenig im Kreis reinnehmen ich finde echt alles ich finde echt alles alles was ich machen will echt alles ok jetzt werde ich überrannt Alter was von was ich will auch sagen mit den Worten Markus wird überrannt beenden wir hier die erste Folge immer wieder aus meiner Sicht wir sehen uns dann in der nächsten Folge bis dahin Servus und Ciao Ciao wo hole hole Bis zum nächsten Mal.